Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zurück zu Green Hell, liebe Leute, da sind wir doch schon wieder. Es ist doch nichts passiert. Jetzt müssen wir mal eben schauen. 4 Uhr früh. Gefällt mir gut. Wir bauen diese Brücke hier noch fertig. Und dann ist ein Großteil meiner Bauarbeiten schon abgeschlossen. Warte mal, wir brauchen ein paar Seile. Ruhig. So Dschungelgeräusche, das ist auch so ein merkwürdiges Ding irgendwie. Als ich in Thailand war, habe ich zum ersten Mal Zirkaden gehört. Und da dachte ich auch so, also irgendwie klang das so vertraut durch Filme. Und am gleichen Moment dachte ich, warte mal, das spielt hier doch gerade jemand ab, oder nicht? Das ist doch kein echtes Geräusch. Aber es war sehr echt. Die Tiere sind sehr echt. Und sehr groß. Aber sehr freundlich. Ich habe mich immer gegrüßt. Ich kann da nicht sagen. Fall! Habt ihr gesehen? In der Luft gefangen. Ja genau, ich muss hier schauen. Man muss auch ausmisten. Ist mir im Kommentarbereich strengstens empfohlen worden. Ach warte mal, den Aufzug kann ich... Doch. Oder warum eigentlich? Ist gut, ist gut. Ruhig. Ganz ruhig. Wir haben's. So ein Geländer wäre natürlich noch cool. Aber ich meine, wenn wir damit anfangen, dann brauchen wir auch irgendwann eine Minibar und so. Dann wollen wir vielleicht doch lieber realistisch bleiben. So, guten Tag, die Herrschaften. Was passiert hier ohne meine Zustimmung? Nicht so viel, oder? Hunger. Vertrauen. Was? Kann ich später auf den reiten, oder was? Tierexkremente. Let's go. Sehr gut. Gut. Ihr habt Wasser. Ihr benötigt etwas zu essen. Ihr seid zu dritt, ne? Ihr habt ordentlich Hunger. Ihr haut ordentlich rein. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass das Buffet eröffnet wird. Das, da ist noch eine. Haben wir hier noch so ein, ja, unbekannte Frucht. Das soll mir recht sein. Liebe Leute, bitte schaut hier. Gönnt euch ein bisschen was. Ich geh mal los und besorg noch ein bisschen mehr. Hier muss niemand hungern. Ich bin der Meinung, wir hatten hier oben diese... Ich weiß gar nicht, wie ich sie genannt habe. Na, diese... Diese Frucht halt. Die so ein bisschen aussieht wie so eine Avocado. Na. Habe ich alles zerstört hier? Und mit zerstört meine ich geerntet, natürlich. Ne. Nix ist es. Wir gehen mal vor zur Hauptstraße. Da habe ich geparkt. Vielleicht finden wir da ein bisschen was. Normalerweise immer dann, wenn ich so mit dem Schlitten unterwegs bin oder so, sehe ich die besten Früchte links und rechts. Noch so ein Obststand. Und dann so ein Spargelstand. Belitzer Spargel. Daneben Karls Erdbeerhof stand. Aber wenn man das dann braucht? Nix. Hier. Bananas. Oh, kann ich denen auch Honig geben eigentlich? Bitte. Honig. Das schauen wir uns mal an. Hier, da haben wir die Dinger. Die meine ich aber nicht. Haben wir die Taschen jetzt schon voll? Nein, noch lange nicht. Ist so ein bisschen wie im echten Leben. Man geht einkaufen wegen einer ganz bestimmten Sache. Und dann kommt man wieder und hat alles andere gekauft. Nur nicht diese eine Sache. Ich bin mal, das ist schon viele Jahre her, bin ich mal in den Mediamarkt gegangen, weil ich ein Kabel brauchte. Ein Kabel von der Surround-Anlage zum Fernseher. Und ich kam mit einem Fernseher raus. Und dann kam ich zu Hause an und habe gedacht, ah Mist, das Kabel. Ich habe es echt vergessen. Ich war einfach dann plötzlich durch. Das war dann einfach so, ja, ja, nee. Neuer Fernseher wäre auch nicht schlecht. Als würde das alle Probleme so lösen mit der Surround-Anlage. Aber ja, was willst du denn machen? So ist es halt manchmal. Und ich denke, die Ausgaben für den Fernseher sind noch überschaubar. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn man irgendwie so einen Duftbaum fürs Auto kaufen möchte und dann kauft man einfach ein Auto neu. Sagt so, ja, da ist der Neuwagen-Geruch schon dabei. Macht doch Sinn, oder? Aber diese Zeiten sind vorbei. So viel Geld wird nicht mal ausgegeben. Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier irgendwas rumlungert. Erstaunlich wenig. Wenig Früchte hier. Erstaunlich wenig. Laufen wir einmal rum? Ich würde sagen, was machen wir? Nee, wisst ihr was? Wir gehen einmal da rüber. Auf diese Seite da. Da finden wir mit Sicherheit was. Da war ich erst einmal. Erst einmal. Da ist bestimmt noch alles vorhanden. Reichlich. Ist schon mal der Kokosnuss? Ich weiß nicht. Ist hier eine runtergefallen? Ja. Komm, sammle das mal. Das kannst du mir mal direkt geben. Sehr schön. So, der Käse kann raus. Und jetzt geht's weiter. Mal ein bisschen Red Bull. Ein paar Schmetterlinge. Ein paar Federn können auch nicht schaden. Wir brauchen immer mal wieder... Jetzt sind wir zu... ...voll beladen. Was eher schlecht ist. Aber irgendwas hätte ich gern noch. Eine Kleinigkeit. Nee, hier ist nicht so super viel. Doch, hier kommt. Die nehmen wir noch mit. Dann haben wir ein bisschen was. Und können wir unsere Tiere versorgen. Denn das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Sehr schön. Okay. Alles gut, alles gut. Wann hast du Glück, Spinne? Jetzt. Beim ersten Mal getroffen. Reason Crow Tee. Okay. Das stellen wir wieder auf. Sehr gut. Das ist überhaupt auch mal eine Idee. Ein paar mehr Hallen für Tiere aufzustellen. Ja komm, hau mal ein bisschen was raus. Das wiegt zwar nicht so super viel. Aber wir müssen jetzt auch nicht jeden Krempel mitnehmen. Wir selbst können ein bisschen was essen. So. Sehr schön. So Leute, da bin ich wieder. Ja, ich weiß. Es ist schon wieder leer. Eiei, die haben aber echt Hunger. Eiei, 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 eiei. Guck mal hier. Hahaha. Der Regen kümmert sich um euren Wassertrog. Damit habe ich nichts am Hut. Und ich habe auch keinen Hut. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wir ziehen uns das rein. Das kommt hier hin. Und dann würde ich fast sagen, es ist am cleversten, wenn wir noch mal ein paar Setzkästen bauen, damit wir mehr Früchte anbauen können. Denn wenn ich die Tiere hier schon versorgen muss, das kann ich ja alles hier hinsetzen zum Beispiel. Jedes Mal hier. Nee, nee. Ja. Warte mal, macht das Sinn, dass dazwischen komme ich dann da noch irgendwie ran? Ja. So zum Beispiel. Ein Stock haben wir schon mal. Ja, ich wäre vorbereitet. Hier, gib mir die Dinger mal. Nein. Halt, Stopp. Warte mal, wir haben Bambus dabei, ne? Ja. Lass das mal hier fallen. Können wir die Dinger mitnehmen. Sehr gut. Und dann haben wir, dass ich davon nur drei nehmen kann. Also vier, ne? Mit dem Handbohrer halt. Aber, ach so, warte mal. Feuerbogen, dann können wir den ja raushauen eigentlich. Vielleicht müssen wir nicht alles zehnfach tragen. Hier. So nämlich. Hopp, hopp. Ach, Leute. Ja, freut ihr euch, ne? Ich weiß. Gern geschehen. Nein, ihr müsst mir nicht danken. Ist schon okay. Warte mal, hier drüben. Nee. So, schnappen wir uns den noch. Wie? Halt, Stopp. Eins, zwei, drei. Das Ding, ja. Schade. Schade, schade. Dann machen wir es halt so. Müssen wir halt mehrmals laufen. Okay. Schaut mal, hier drüben wachsen noch ein paar Bäume. Oh, die Axt hält richtig lang jetzt, ne? Das ist dieses Plus Eins, was dann immer kommt. Dadurch bauen wir dann wohl bessere Äxte oder nutzen sie sinnvoller, sodass sie nicht sofort kaputt gehen, weil das ist jetzt schon ziemlich voll, der Kreis. Das gefällt mir gut. Guck mal, die Dinger hier, aber wobei die nicht. Aber das hier zum Beispiel, das können wir noch nehmen. Und das war es ja auch schon wieder. Oh, hier. Davon habe ich gesprochen. Kohlenfrucht habe ich sie genannt. Die würde ich natürlich am liebsten anbauen können. Ja. Ich die ganze Frucht einpflanzen. So, die Bäume geben Honig ab und an. Also nicht die Bäume, aber ihr wisst schon, die Bäume. Dann schaue ich mal, ob ich da auch Honig reinmachen kann bei denen. Zack. Und er auch noch. So, und dann brauchen wir natürlich noch genug Zeug, um hier irgendwas pflanzen zu können, weil ansonsten bringen wir die schönsten Setzkästen nichts. Wenn wir nichts da haben. Das hätten wir. Hünd fehlen noch. Die kriegen wir auch noch zusammen. Hier vorne, diese großen Bäume. Nee. Schaut mal, hier sind jede Menge. Na? Irgendwas haben wir. Irgendein Leiden. Nein. Auch hier nicht. Hier ist alles okay. Ah. So, das können wir nicht mitnehmen, aber das haben wir schon mal da. Und dann haben wir es fast. Sehr schön. So, dann schauen wir mal eben. Die Dinger können wir nämlich sammeln. Definitiv. Und die können wir ja dann da reinhauen zum Beispiel. Das machen wir zweimal. Gossen wird das jetzt quasi automatisch. Nee, mach die mal daneben. Ja, nicht schlecht. Bei den Dingern bin ich mir gar nicht sicher. Kann man die nicht pflanzen irgendwie? Tatsächlich, das geht. Also im Grunde alles, was essbar ist, nehmen die an. Da unterscheiden die nicht, ob denen das schmeckt oder nicht. Wir brauchen noch zwei Feuerbretter. Und dann haben wir das fertig. Können ordentlich anpflanzen. Und dann geht die Party los. Dann muss ich nur dran... Und dann verändert sich das zum Ranch Simulator. Automatisch. Dann wird es ein ganz anderes Spiel. So ein Dings hatte ich hier irgendwo noch, aber... Bevor ich groß suche, nehmen wir den hier. Oh, da ist es. So viel Krempel, sehr schön. Finde ich auch schön, dass die Sachen liegen bleiben, die man dann liegen lässt und nicht irgendwann einfach dann die spawnen. Hier zum Beispiel. Das können wir da schon mal reinhauen. Dann haben wir ein bisschen was. Wir trinken einen Schluck. Wundervoll. So. Die beiden Dinger da. Das wächst hier. Was haben wir denn sonst noch? Nichts weiter, na? Wir können ja jetzt hier... düngen. Hier ebenfalls. Wir haben drei weitere Setzkästen. Jetzt ist die Frage... Was hauen wir da hin? Was gibt es hier noch zu holen? Bestimmt irgendwo noch mal eine Banane. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Hier. Kann ich nur essen? Warte mal, die konnte ich doch auch... sammeln. Ja, das wird natürlich riesengroß. Wir setzen die mal hier hinten hin. Was hat es damit auf sich? Warum geht das nicht? Wie habe ich denn die hier gepflanzt? Ich kann mich daran nicht erinnern. Das macht so aber auch keinen Sinn. Merkwürdig. Das ist für den Anfang jetzt schon mal was, aber... Was ist denn mit dieser Banane? Wofür habe ich denn diese Bananensamen? Wir warten einfach mal ab. Vielleicht passiert mit denen noch was. Und dann sage ich... Ach ja, stimmt. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch die gelben. Weil ich weiß es nicht mehr. Ich bin kein Gärtner. So, nämlich... So, wir schauen mal hier oben. Was hier noch offen ist. Die Brücke haben wir jetzt darüber. Das bedeutet, die nächste Brücke... Ne, erstmal ist die Frage... Das geht hier schon nicht mehr rauf. Auch da nicht, weil da wahrscheinlich die Leiter ist. Warte mal was. Doch, hier geht's. Naja, aber das ist, glaube ich, Quatsch. Ich denke, am sinnvollsten ist es, hier direkt eine Brücke zu bauen. Was ist das hier? Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie viel Krempel hier rumliegt. Hau das mal da rein. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich mit den Dingern machen soll. Aber am Ende geht's auch eher darum... So ein bisschen was gebaut zu haben. Vielleicht nehmen wir lieber mal den Schlitten mit. Mit ein bisschen Holz. Was war das denn? Tschüss. Ja, ist gut, ist gut. Du kommst gleich zur Ruhe. Ist gut. Doch, hier haben wir keine richtigen Bäume mehr, ne? Alles schon zerstört. Nee? Ja. Nein. Ja. Ich glaube, die Brücke ist ein bisschen kürzer als die andere, die ich gerade gebaut habe, aber nicht viel. Gib mal. Ich finde es ganz lustig als Easter Egg, wenn man irgendwie so im Spiel tausend Tage überlebt im Überlebensmodus. Man ist tausend Tage hier und irgendwann hört man dann was so in der Ferne und man geht dann los und das dauert eine Weile, bis man das findet. Da öffnet sich dann irgendwie eine Höhle oder irgendwas, die vorher nicht da war. Das passiert dann erst tatsächlich nach tausend Tagen und dann geht man da durch und dann ist da einfach so ein Dschungelspa. So ein Resort und Leute so mit Cocktails und die gucken einen so an und so und dann kann man entscheiden, ob man sich zu erkennen gibt oder ob man zurück in den Dschungel geht. Und dann geht es ab Tag tausend weiter. Oder man hat dann den Überlebensmodus quasi durchgespielt und kommt da hin. Das fände ich ganz nett. So schon ein Stückchen entfernt, aber nicht so super weit. So irgendwie so ein bisschen hinter so einer Mauer irgendwie, wie wir es kennen, an so einem Strand. Das wäre ein tolles Easter Egg. Wenn die Frage ist, hat hier schon jemand tausend Tage gelebt in Green Hell im Überlebensmodus? Keine Ahnung. Das reicht fast schon, oder? Acht. Ja. Haben wir ein paar Seile. Wir haben ein paar Seile. Die werden nicht ganz reichen, glaube ich. Hier ist der Aufzug falsch rum, aber es geht trotzdem. Es geht trotzdem. Ja, drei noch. Easy. Easy. Ah ne, das geht nicht ganz hier. Das ist... Doch, doch, doch. Das geht. Das geht. Wir schaffen das. Machen wir es anders. So. Dann haben wir das auch fertig. Äh, ja, ist nicht schlimm. Du schaffst das. Er ist doch gleich erledigt. Hahaha. Und hier geht es auch nochmal runter. Das heißt, dieses Netzwerk haben wir jetzt. Wie weit können wir denn damit gehen? Wie weit können wir damit gehen? Ein bisschen Kletterstelle. Baumhausrahmen. Ich glaube, da haben wir bis auf den Baum hier. Gut, den haben wir schon. Hier war das noch möglich. Bisschen frickelig gerade. Hier. Das könnte man noch machen. Aber auch da bleibt die Frage, wofür. Und diese Plattform können wir an jedem größeren Baum platzieren. Oh, sogar hier aus der Ferne. Gar nicht schlecht. Wir haben nämlich noch welche übrig. Aber wir sind schon ziemlich kaputt. Kaputt. Aber das schaffen wir gerade noch. Zack. Und jetzt haben wir... Nur die beiden. Okay, und dann sonst ein langer Stopp. Wir müssen schlafen. Oh, oh. Es wird schon rot. Was ist denn hier? Sehr gut. Die dickflüssigste Flüssigkeit. Das war doch mal irgendwie so ein wissenschaftliches Experiment, oder? Der Tropfen, der Jahre gebraucht hat, um dann sich zu lösen. Dabei ist doch bestimmt irgendjemand von euch was drüber. Das war doch irgendwie so ein Experiment. Und das können wir mal droppen hier. Das ist sehr gut, sehr gut. Das nehmen wir definitiv mit, denn das brauchen wir auch noch. Habt ihr noch was zu essen? Boah, das geht ja weg. Das ist ja unglaublich. Ihr seid einfach zu viele. So schnell kann das hier gar nicht wachsen. Eiei, aber wir haben noch Honig da. Dann bekommt ihr halt Honig. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Nicht, dass die hier drauf gehen, weil sie nichts zu essen haben. Ein Salb fehlt. Fehlt. Gib mal. Sorry, zwei. Sehr schön. Das ist es geworden. Und das passt. Mehr Holz. So, Leute. Gib mal ein bisschen Honig. Wir müssen uns hier kümmern. Was haben wir denn hier sonst noch? Eisenerz. Hier haben wir unbekannte Samen. Die nehmen wir mal mit rüber. Schaut mal, die haben wir hier. Die haben wir hier. Ist da noch was? Nee. Also, Leute. Heute gibt es leider nur Honig. Wir haben gerade nichts anderes da. Haut rein. So, nämlich. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir das da... Das sind die Bananendinger, glaube ich. Und die gehen hier nicht. Und das sind Bananensamen, die nicht funktionieren. Aber die gelben. Ich bin der Meinung, das sind die... Die passenden. Ja, oder einer geht drauf, ne? Oder einen schlachten wir quasi. Haben wir ein bisschen Fleisch. Und dann haben wir Männchen und Weibchen. Zeugen die eigentlich auch Junge? Oder steht ihr nur hier so rum? Vertrauen 66. Ja, da kann ich sie auch nicht mehr töten, wenn die schon so viel Vertrauen haben. Das bringe ich nicht übers Herz. Vorher lasse ich euch einfach frei. Töte ich lieber eure Freunde da draußen. Mecken ja auch besser, wenn die so in der Wildnis sind. Ah ja, genau. Hier die Kohlenfrucht. Können wir das hier sammeln vielleicht? Oh, tatsächlich. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Welche sind das denn? Was sind die unbekannten Samen? Nee, das geht auch nicht. Hm, schade. Schade, schade. So, die Plattform da oben bleibt noch offen. Wir trinken ein bisschen was. Wie ist das denn jetzt passiert? Nichts ist es. Ah, hier. Ja, ja. Was haben wir denn hier für ein Ding eigentlich? Können wir das auch zerstören? Nee, ne? Oder? Nee. Es sieht nicht danach aus, diese Dinger. Oh, die gehen hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Ist das das Maximum? Drei? Nee, vier kommen da raus. Ah, sehr schön. Oh, jetzt wird es kurz fies dunkel, bevor es dann hell wird. Schaut mal, da haben wir das Ding hier noch. Ja, eins A. Eins, zwei, drei, sehr schön. Nee, nee. Lass das bitte fallen. Leg das bitte wieder hin. Nein, das kannst du nicht haben. Nein, das kannst du nicht haben. So. Hahaha. Auch das hätten wir. Wo haben wir das Klettersaal? Hier drüben. Ja, warte mal. Nee, nee. Wir gehen erstmal hoch. Wir setzen erstmal die Brücke an. Ansonsten fallen die Dinger vielleicht wieder durch den Boden und sind dann weg. Also. Wir hätten gern eine Brücke. Geht das? Macht das Sinn, die da rüber zu ziehen? Ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Oh. Das geht. Aber ich muss da drüben anfangen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber das ist schon verdammt lang, ne? Warte, ich komme da ran. Nö. Knapp. Mach mal so. Gib mir mal so ein Kletterdings. Kletterstelle. Ja, das geht hier. Das mal so. Nicht mal dieses Seil habe ich. Zack. So. Eins, zwei, drei. Ah, sehr gut. Was ist mit meinen Kindern hier los? Was ist das denn? Ist das irgendwie so ein... So ein Fluch? Hör doch auf damit. Spielt. Malt ein Bild. Baut einen Jenga-Turm. Sehr schön. So nehmlich. Ne? Auf mit dir. Ah, ein paar fehlen noch. Hier. Hier. Hier haben wir gar keine Männer. Ah, ärgerlich. Schau mal, hier drüben sind ganz viele ungenutzte Bäume. Der hier nicht. Die anderen mehr. Das brauche ich alles nicht. Das passt schon, wenn wir die umhauen. Wohin fällst du? Wundervoll. Das ist schon alles hier auf der... Was? Ach, Blätterrüstung. Ah, Blätterrüstung. Vier? Ne, drei. So, das reicht erstmal. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir 5, das sollte definitiv reichen, indem wir hier noch ein sechstes mit. 1, 2, 3. Sehr gut, wundervoll. Und einmal noch. Ah, wie gut das ist. Ich bin echt überrascht, wie leicht das geht, hier diese Plattform an den Bäumen zu bauen. Dass die einfach sagen, ja, da geht das, da geht das, zack, Brücke passt, auch wenn es ein bisschen ein Höhenunterschied ist und so. Ich finde, das ist sehr angenehm gelöst. Und im Grunde könnte man doch diese Plattform durch den gesamten Dschungel ziehen. Bis zu einer gewissen Ecke, weil da hinten kommt man, glaube ich, dann nicht durch bei dieser Steinwand. Aber ansonsten bis da hinten müsste das eigentlich gehen. Auch hier wieder die Frage, wofür? Im Grunde macht man es dann nur, um es mal gemacht zu haben, weil alles, was relevant ist und wichtig ist, weshalb man hier überleben kann, ist da unten auf dem Boden. Und hier oben findet eben nichts statt. Man könnte von hier oben ganz gut jagen, glaube ich. Aber ist das den Aufwand wert? Ich glaube, fast nicht. Das ist hier doch schon mal was. So, das darf hier ruhig offen bleiben. Das finde ich ganz nett. Das hier ist alles geschlossen soweit. Das gefällt mir gut. Wir haben Tierpferch. Überlege gerade, was wir noch bauen könnten oder ob wir damit durch sind. Gewisse Dinge brauchen wir nicht. Lagerfeuergestell. Töpfertisch. Lehmkohle. Lehmschmiede. Wir haben sogar ein neues Bett. Schwingfalle. Angelfalle. Futterdinger. Die haben wir lagermäßig. Haben wir alles, was relevant war, gebaut. Also ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, Green Hell hat mir alles gezeigt, was ich sehen wollte, ehrlich gesagt. Ich weiß, hier gibt es noch Sachen zu entdecken und so, aber ich persönlich wollte das eigentlich nur mal wieder so ein bisschen erleben. Ich habe nicht geplant, hier 53 Tage im Spiel zu sein, was wirklich super schnell vorbeiging, weil ich wirklich die ganze Zeit beschäftigt war und was zu tun hatte. Ich finde es echt gut. Auch das Bauen und so, das gefällt mir richtig gut. Möglicherweise kommen wir damit nochmal zurück auf einem höheren Schwierigkeitsgrad und schauen mal, wie das denn geht. Aber ich würde sagen, für den Moment war das die letzte Folge für dieses Let's Play. Ja, ich überlege gerade, wir haben hier alles soweit gebaut. Klar, man könnte hier noch mehr Haus bauen und so, aber auch da frage ich mich dann immer, also mehr als ein Bett und eine Feuerstelle brauche ich im Grunde nicht. Und das Baumhaus ist mir tausendmal lieber als irgendeine Hütte da unten auf dem Boden. Wir haben die Tiere soweit, die jetzt ein bisschen durchdrehen, aber sie haben noch was zu essen. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal vom Dschungel. Wir werden sehen, was das nächste Spiel sein wird, was Green Hell hier ablöst. Und dann bedanke ich mich für eure Treue, für eure Tipps. Und dann sehen wir uns mit einem anderen Spiel in einem anderen Video wieder, liebe Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.